Hallo, ich bin Marc vom Blog Bake to the Roots und heute hier bei Kitchen Stories, um euch zu zeigen, wie man einen Eierlikör-Strauschkuchen macht. Es ist ein Eierlikör-Strauschkuchen, wie man einen Eierlikör-Strauschkuchen macht. Musik 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 Weihnachten und all der Kür gehört einfach zusammen. Das Rezept findet ihr wie immer auf der Kitchen Stories App oder auf meinem Blog. Happy Cooking!